Guten Tag. So einen Bartstuber kannst du nicht gegen so einen Kaslich spielen lassen, der 15% schneller ist. Das geht nicht. Der muss weg, der muss Taschkiefe spielen. So, dafür Podolski zurückgezogen und vorne eine Doppelspitze mit Klose und Marien. Das ist nur ein Blutfall, da machst du nicht aus. Spätestens nach 16 Minuten hätte der sehen müssen, Bartstuber ist zu langsam. Dann hätte der da den Taschkie bringen können. Ich bin eben sowas ausgeflippt. Das ist nicht überhaupt nicht so, das ist Liebe zum Land. Hör mal, so ist das bei mir. Fußball ist fast das wichtigste. Guck es dir an, Junge! Guck es dir an! Was ist der Prognose? Wer spielt für Klose? Wer spielt für Klose? Wer spielt für Klose? Also, mir wäre er lieber, Marien würde spielen, aber ich sage, der Yogi, der wechselt, verpflichtet mich nach oder lässt Kakaobohne spielen. Was mit Gomez? Ist auch noch aufzuholen. Gomez! Kombiniert mit dem! Der war... Komm! Was? Aber das waren keine Zweikämpfe heute, ey! Aber passt, das waren keine Zweikämpfe heute! Das war... Hey, fix dich! Ja! Lass uns einfach nicht weiter... Nicht drüber reden! Bevor ich nachher hier noch ein Herzstillstand erleide, oder? Wollen wir dann schon mal losgehen und vorne nach Jonas... Jetzt fahr ich erstmal, ich hab den schon gesehen! jetzt ...